Jeanne d'Arc, 1412 bis 1431. Rome, 16. Mai 1920. Unzählige, vor allem französische Gläubige, haben sich im Petersdom versammelt, um der feierlichen Heiligsprechung von Jeanne d'Arc durch Papst Benedikt XV. beizuwohnen. Das Mädchen hatte während des Hundertjährigen Krieges Stimmen heiliger empfangen und schließlich zum Sieg der Franzosen über die Engländer beigetragen. Von der Inquisition 1431 zu Unrecht zum Tode verurteilt, gilt dieser Festakt Anfang des 20. Jahrhunderts auch als Schuldeingeständnis der katholischen Kirche. 1412 wird Jeanne als Tochter des Bauern Jacques d'Arc und dessen Ehefrau Isabelle in Domremy geboren. Zusammen mit ihren drei älteren Brüdern verlebt das Mädchen eine bescheidene, aber zufriedene Kindheit. Jeanne, die von ihren Eltern liebevoll Jeannette genannt wird, gilt als hilfsbereit, fleißig und sehr fromm. Gerne hilft sie ihrer Mutter bei der Hausarbeit oder hütet Schafe auf einer nahegelegenen Weide. Regelmäßig besucht die Familie Gottesdienste in der kleinen Kapelle, in der Jeanne auch getauft wurde. Erziehung und Ausbildung des Mädchens liegen in den Händen der Mutter. Von ihr lernt sie neben den Grundlagen des katholischen Glaubens auch alles, was zur Führung eines guten Haushalts erforderlich ist. Während Jeannes Kindheit tobt in Frankreich der 100-jährige Krieg. Anlass dieser Auseinandersetzung zwischen Frankreich und England ist ein Thronfolgestreit. Nach dem Aussterben der Kapitinger, die bis 1328 in Frankreich regierten, erhebt der englische König Edward III. Anspruch auf den französischen Thron. Gleichzeitig sieht sich aber Philipp VI. als rechtmäßiger Erbe, da er aus einer Nebenlinie der Kapitinger stammt. Zwischen Edward und Philipp kommt es zu Auseinandersetzungen, die 1339 zum Beginn eines Krieges führen, der über Generationen nicht beendet werden kann. Immer wieder finden erbitterte Schlachten auf französischem Boden statt, aus denen die Engländer fast jedes Mal als Sieger hervorgehen, wodurch sich ihr Machtbereich auf dem Festland stetig vergrößert. Nach mehreren Machtwechseln scheinen die Engländer Frankreich 1420 endgültig in ihren Händen zu haben. Der letzte bedeutende französische König Karl V. war tot, und sein Sohn Karl VI. galt schon seit seiner Kindheit als schwachsinnig. So ist es für König Heinrich V. von England ein leichtes, Karl VI. davon zu überzeugen, seinen Sohn Karl VII. als illegitim erklären zu lassen und den Engländern somit endgültig die Herrschaft über den größten Teil Frankreichs zu übergeben. In Jeans Heimat Domremy spielt der Krieg keine allzu große Rolle. Zwar kommt es ein-, zweimal vor, dass englische Truppen in den kleinen Ort im Lothringer Wald einfallen und die Bevölkerung flüchten muss, aufgrund seiner Bedeutungslosigkeit ist Domremy aber niemals Zentrum des Kriegsgeschehens. Erst als klar wird, dass Frankreich den Krieg verloren hat und der rechtmäßige Erbe Karl VII. keine Möglichkeit hat, den französischen Thron zu besteigen, rührt sich in Jeans Heimatdorf ein neuer Patriotismus, von dem auch das Mädchen ergriffen wird. Tief in ihrem Glauben verwurzelt betet die kleine Jeanne für die Befreiung Frankreichs und ist felsenfest davon überzeugt, dass trotz aller Aussichtslosigkeit die Gerechtigkeit siegen werde. Als Jeanne 13 Jahre alt ist, hat sie ihre erste Erscheinung. Sie hört die Stimme des Erzengels Michael. Die Stimme kam ungefähr zur Mittagszeit, im Sommer, im Garten meines Vaters, erzählt sie später. Die Stimme erschien mir erhaben und ich glaubte, dass sie von Gott geschickt war. Und nachdem ich sie dreimal gehört hatte, erkannte ich, dass es die Stimme eines Engels war. Diese Stimme hat mich immer geleitet und ich habe sie immer gut verstanden. Sie hat mir gesagt, dass ich mich gut zu führen und oft in die Kirche zu gehen habe. Von nun an hört Jeanne regelmäßig stimmen. Neben dem Erzengel Michael erscheinen ihr auch die heilige Katharina und die heilige Margareta. Immer wieder wird sie in ihren Visionen dazu aufgefordert, für Frankreich zu kämpfen. Beinahe unerträglich wird die Häufigkeit und Intensität der Erscheinungen, als die Engländer im Herbst 1428 Orléans die letzte bedeutende französische Bastion belagern und sich die Lage Karls VII. dramatisch zuspitzt. Die Stimme sagte mir, dass ich nicht länger bleiben könne, wo ich war und dass ich die Belagerung der Stadt Orléans aufheben müsse, erklärte Jeanne ihren Entschluß, für Frankreich in den Krieg zu ziehen. Die Stimme befahl mir außerdem, zu Robert de Baudricourt in die Festung Vaucouleur zu gehen, deren Stadtkommandeur er war. Er würde mir Leute geben, die mit mir gingen. Ich antwortete, dass ich ein armes Mädchen sei, das weder verstünde, ein Schlachtroß zu lenken, noch Krieg zu führen. Doch der Glaube an Gott und an die Unterstützung der Engel und Heiligen ist stärker als jede Furcht. Im Dezember 1428 reist sie zu einem Vetter ihrer Mutter, um dessen Frau im Wochenbett zu pflegen. Buret-le-Petit, der Ort, in dem die Familie lebt, ist nur eine Wegstunde von Vaucouleur entfernt, der Stadt, in der Jeanne ihren Visionen zufolge Unterstützung des Stadtkommandeurs erhalten soll. Doch die Begegnung mit eben diesem Robert de Baudricourt ist ernüchternd. Schroff wird das junge Mädchen abgewiesen. Anstelle der erhofften Unterstützung wird ihr eine Tracht Prügel angedroht, sollte sie es nochmals wagen, sich einen Besuch des Stadtkommandeurs anzumaßen. Aber Jeanne gibt nicht auf. Nichts und niemand kann sie von ihrem Vorhaben abbringen. Im Januar 1429 geht sie erneut nach Vaucouleur. In der Zwischenzeit hatte Robert de Baudricourt Erkundigungen über das seltsame Mädchen einholen lassen und dabei in ihrem Heimatort Domremy von ihren Visionen erfahren. Argwöhnisch wird Jeanne deshalb während ihres Aufenthalts in Vaucouleur beobachtet. Steckt der Teufel in diesem Mädchen? Ist sie eine Ketzerin, die sich für eine Gesandte Gottes hält? Oder ist sie gar irrsinnig? An ihrem Verhalten sind jedoch keine Auffälligkeiten erkennbar. Jeanne besucht die Heilige Messe und legt regelmäßig die Beichte ab. Sie scheint weder vom Bösen besessen noch geistig verwirrt zu sein. Robert de Baudricourt bleibt dennoch skeptisch. Erst als ein Priester nach einer Beschwörung des Mädchens bestätigt, dass keine bösen Mächte von ihr Besitz ergriffen haben, willigt der Stadtkommandeur schließlich ein, sie zu Karl VII. zu bringen und stattet Jeanne d'Arc mit einem Pferd, einem Schwert und, auf ihr ausdrückliches Verlangen hin, mit Männerkleidung aus. Mit einer Eskorte von sechs Reitern macht sich das Mädchen auf den Weg zu Karl, der sich zu dieser Zeit in etwa 500 Kilometer entfernten Chinon aufhält. Die Reise ist hart und beschwerlich. Ständig müssen Jeanne und ihre Begleiter auf der Hut vor feindlichen Soldaten sein. Sie reiten meist nachts, die Hufe der Pferde mit Lumpen umwickelt, um möglichst wenig Geräusche zu machen. Geschlafen wird tagsüber in kalten, feuchten Höhlen, auf klammem Lehmboden oder in Scheunen. Doch trotz aller Unwegsamkeiten bleibt Jeanne zuversichtlich. Fürchtet nichts, macht das Mädchen ihren kampferbroten Begleitern Mut. Ich führe aus, was mir befohlen ist, und meine Heiligen sagen mir, was ich tun soll. Als sie schließlich Chinon erreichen, ist der Weg zu Karl VII. zunächst versperrt. Der Hohe Rat hat darüber zu befinden, ob das seltsame Mädchen vorgelassen wird oder nicht. Das ungewöhnliche Äußere, Jeanne trägt noch immer Männerkleider und hat für die damalige Zeit nahezu skandalös kurze Haare, erleichtern die Entscheidung der Ratsmitglieder nicht gerade. Mehrere Befragungen finden statt, ehe Jeanne schließlich zu einer öffentlichen Audienz zugelassen wird. Rund 300 Edelleute sind im Schlosssaal versammelt, als Jeanne vor Karl VII. tritt. Darüber, wie sie ihren Besuch begründet, sind unterschiedliche Aussagen überliefert. Einig sind sich jedoch alle Quellen darin, dass Jeanne mehrmals betont, dass Karl VII. der wahre König Frankreich sei und dass er mit ihrer Hilfe seinen rechtmäßigen Thron besteigen könne. Was danach geschieht, ist ungewiß. Sicher ist nur, dass Karl VII. dem Mädchen nicht abgeneigt ist und ihr deshalb eine Unterkunft in Chinon anbietet. In den folgenden Wochen wird Jeanne mehrmals von verschiedenen hochgestellten Persönlichkeiten und Geistlichen befragt und verschiedenen Prüfungen unterzogen. Das Ziel ist es, herauszufinden, ob das Mädchen wirklich Weisungen Gottes erhält. Schließlich wird Jeanne ungeduldig. Sie befürchtet, durch die ewigen Befragungen zu viel Zeit zu verlieren. Auf die Aufforderung, ein Zeichen zu tun, um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen, antwortet sie impulsiv, im Namen Gottes, ich bin nicht hierhergekommen, um Zeichen zu tun, aber führt mich nach Orléans, dort werde ich euch die Zeichen weisen, deren Wegen ich gesandt bin. Doch damit geben sich die Geistlichen nicht zufrieden. Um ganz sicher zu sein, dass Jeanne d'Arc auf keinen Fall vom Teufel besessen sein kann, muss sie sich auf ihre Jungfräulichkeit untersuchen lassen. Dem Glauben jener Zeit zufolge waren nur Jungfrauen sicher vor dem Teufel gefeit. Als auch diese Untersuchung zu Jeannes Vorteil ausfällt, geben die Geistlichen schließlich ein positives Urteil über das Mädchen ab. In ihr war nichts Böses zu finden, heißt es darin, nur Gutes, Demut, Jungfräulichkeit, Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Über ihre Geburt und ihr Leben haben sich verschiedene, als wunderbar berichtete Dinge als wahr erwiesen. Schließlich raten sie Karl VII., um das Mädchen mit einem Heer nach Orléans ziehen zu lassen. Doch bevor Jeanne endlich in den Krieg ziehen darf, wird sie mit einer vollständigen Ritterrüstung, mit einem weißen Panzer, einem Banner mit dem Bildnis Gottes und mit einem Schwert ausgestattet. Was dann geschieht, ist ungewiss. Die Legende besagt, dass Jeanne, die sich ab diesem Zeitpunkt Jungfrau von Orléans nennt, die Truppen zu einem sicheren Sieg führte. Historisch ist dies jedoch umstritten. Als wahrscheinlicher gilt, dass Jeanne zwar den Feldzug begleitete und die Truppen durch ihren Zuspruch und ihre Siegessicherheit motivierte, als Heerführerin aber eher nicht in Erscheinung trat. Trotzdem war ihre Wirkung auf die Soldaten sehr beeindruckend. Durch die Mauern der Engländer hindurch, die Orléans zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahr belagern, gelingt es dem französischen Heerl, in die Stadt zu kommen. Mit großem Jubel und großer Freude wird Jeanne dort empfangen. Die Bewohner von Orléans hatten bereits von ihrer göttlichen Weisung erfahren und hoffen, dass die Belagerer mit ihrem Beistand vertrieben werden können. Doch zunächst geschieht nichts. Der Oberbefehlshaber der französischen Truppen wartet auf einen Angriff der Engländer. Doch diese verhalten sich ruhig. Am 7. Mai 1429 starten die Franzosen deshalb einen Angriff. Jeanne, die die Soldaten im Namen Gottes anfeuert, wird dabei schwer verwundet. Doch sie gibt nicht auf. Obwohl sie sich kaum noch auf ihrem Pferd halten kann, feuert sie ihre Soldaten zu einer letzten Attacke an, die schließlich zur Einnahme des englischen Lagers vor Orléans führt. Die Bewohner von Orléans sind außer sich vor Freude. Als die Wächter am nächsten Morgen melden, dass alle Engländer den Rückzug antreten und ihre Stellungen aufgeben, ist Orléans endgültig befreit. Und Jeanne hat in den Augen der Menschen das geforderte Zeichen gegeben. Doch was die Franzosen als göttliche Fügung sehen, gilt bei den Engländern als Teufelswerk. Alles stand gut für uns, bis wir die Belagerung von Orléans begannen, berichtete Anführer der englischen Truppen nach seinem Rückzug. Dort kam ein schwerer Schlag über uns. Meiner Ansicht nach wurde er zum großen Teil durch Aberglauben und blinde Furcht verursacht, die eine Anhängerin und Spionen des Teufels, Jungfrau genannt, die von bösen Beschwörungen und Zauberei Gebrauch machte, erweckte. Eine Einschätzung, die dramatische Folgen haben sollte. Doch zunächst verlässt Jeanne die Stadt Orléans, um sich erneut auf den Weg zu Karl VII. zu machen. Kaum angekommen, bedrängt sie ihn endlich nach Reims zu ziehen und sich dort, so wie es ihre Stimmen vorausgesagt haben, zum König krönen zu lassen. Aber Karl zögert und entscheidet zusammen mit seinem Kronrat, zunächst den Loire-Feldzug zu führen, um weitere englische Truppen aus Frankreich zu vertreiben. Auch in diesem Kampf ist Jeanne mit von der Partie. Wie bei der Schlacht um Orléans spornt sie die französischen Soldaten an. Über Wochen kämpfen die Franzosen um die besetzten Gebiete entlang der Loire und können eine Stadt nach der anderen zurückerobern. Am 16. Juli 1429 ist es endlich soweit. Karl VII. zieht feierlich in Reims ein und wird gesalbt und zum König gekrönt. Jeannes zweite Voraussagung ist in Erfüllung gegangen. Bei den Krönungsfeierlichkeiten stehen zwei Personen im Mittelpunkt. Karl, der neue König, und die Jungfrau von Orléans. Kurze Zeit später hört Jeanne erneut Stimmen. Diesmal wird ihr gesagt, dass Karl VII. über Paris regieren soll. Die Stadt befindet sich jedoch in den Händen von Philipp dem Guten von Burgund, den Jeanne unverzüglich auffordert, Karl als König anzuerkennen und Paris freizugeben. Doch Philipp denkt gar nicht daran. Heimlich verbündet er sich mit den Engländern. In der darauf folgenden Schlacht wird Karls Heer empfindlich getroffen und zieht sich nach Saint-Denis zurück. Aber Jeanne hält an ihrer Überzeugung fest. Paris muss für Karl erobert werden. Mit einem neuen Heer zieht sie noch einmal in den Krieg, ihre letzte Kampfhandlung. In der Schlacht wird Jeanne festgenommen. Die Engländer, die sie seit ihrem Auftritt auf dem Schlachtfeld vor Orléans für eine Hexe halten, machen ihr den Prozess. Am 9. Januar 1431 steht das inzwischen 19-jährige Mädchen zum ersten Mal vor dem Richter. Da die Verhandlung nach den Regeln der damals herrschenden Inquisition geführt wird, ist der Ausgang eigentlich schon zu Beginn des Verhörs klar. Immer wieder wird Jeanne zu denselben Themen befragt. Kirche, Glauben, Kindheit, ihre Stimmen, ihre Art, sich zu kleiden und sich in Kampfhandlungen einzumischen, sind dabei die wesentlichen Punkte. Ziel der Richter ist es, das Mädchen in Widersprüche zu verwickeln und sie so der Lüge und des Aberglaubens zu überführen. Doch Jeanne ist wortgewandt und beantwortet alle Fragen standhaft und souverän. Erst als sie gezwungen werden soll, sich dem Urteil der Kirche zu unterwerfen, kommt es zum Eklat. Jeanne besteht darauf, sich nur Gott selbst und nicht der weltlichen Kirche verpflichtet zu fühlen. Mit dieser Aussage ist ihr Schicksal endgültig besiegelt. Im Mai 1431 wird sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Begründet wird das Urteil unter anderem damit, dass sie sich der Ketzerei und des Aufruhrs schuldig gemacht und die Instanz Kirche angezweifelt habe. Als sie am 24. Mai zur Vollstreckung des Urteils geführt wird, bricht Jeanne weinend zusammen. Sie schwört allem, was sie behauptet hat, ab und bittet um ihr Leben. Die Richter erweisen sich gnädig und verzichten auf die Hinrichtung. Aber bereits drei Tage später wird Jeanne rückfällig. Aus schlechtem Gewissen, Gott und die Heiligen verraten zu haben, nimmt sie ihren Schwur vom 24. Mai zurück und beharrt auf der Rechtmäßigkeit ihrer ursprünglichen Aussage. Am 30. Mai 1431 wird sie daraufhin auf dem alten Marktplatz von Rouen verbrannt. Fünf Jahre nach Jeannes Tod erobert Karl VII. Paris zurück, womit sich auch die dritte Weissagung des Mädchens bewahrheitet. Einige Jahre später, 1449, fällt Rouen, die Stadt, in der Jeanne der Prozess gemacht wurde, nach 30 Jahren unter englischer Herrschaft wieder in die Hände der Franzosen. In der Stadt finden sich die Prozessakten, die schließlich dazu führen, dass der Fall neu aufgerollt wird. Am 7. Juli 1456 wird feierlich das neue Urteil über Jeanne d'Arc verkündet. Die Inquisition hatte sich geirrt. Das Mädchen aus Domremy war keine Ketzerin. Sie wurde zu Unrecht hingerichtet. Doch selbst nach dieser Entscheidung hielt sich der Vatikan jahrhundertelang mit einem öffentlichen Bekenntnis zu Jeanne d'Arc zurück. Erst mit der Heiligsprechung am 16. Mai 1920 bestätigt Papst Benedikt XVI. das neue Urteil in letzter Instanz. Ihren Eltern liebevoll Jeannette genannt wird, gilt als hilfsbereit, fleißig und sehr fromm. Gerne hilft sie ihrer Mutter bei der Hausarbeit oder hütet Schafe auf einer nahegelegenen Weide. Regelmäßig besucht die Familie Gottesdienste in der kleinen Kapelle, in der Jeanne auch getauft wurde. Erziehung und Ausbildung des Mädchens liegen in den Händen der Mutter. Von ihr lernt sie neben den Grundlagen des katholischen Glaubens auch alles, was zur Führung eines guten Haushalts erforderlich ist. Während sie zum Sieg der Franzosen über die Engländer beigetragen. Von der Inquisition 1431 zu Unrecht zum Tode verurteilt, gilt dieser Festakt Anfang des 20. Jahrhunderts auch als Schuldeingeständnis der katholischen Kirche. 1412 wird Jeanne als Tochter des Bauern Jacques d'Arc und dessen Ehefrau Isabelle in Domremy geboren. Zusammen mit ihren drei älteren Brüdern verlebt das Mädchen eine bescheidene, aber zufriedene Kindheit. Jeanne, die von ihr Jeanne d'Arc 1412 bis 1431 Unzählige, vor allem französische Gläubige haben sich im Petersdom versammelt, um der feierlichen Heiligsprechung von Jeanne d'Arc durch Papst Benedikt XV. beizuwohnen. Das Mädchen hatte während des hundertjährigen Krieges Stimmen heiliger empfangen und Schlierans Kindheit tobt in Frankreich der hundertjährige Krieg. Anlass dieser Auseinandersetzung zwischen Frankreich und England ist ein Thronfolgestreit. Nach dem Aussterben der Capetinger, die bis 1328 in Frankreich regierten, erhebt der englische König Edward III. Anspruch auf den französischen Thron. Gleichzeitig sieht sich aber Philipp VI. als rechtmäßiger Erbe, da er aus einer Nebenlinie der Capetinger stammt. Zwischen Edward und Philipp kommt es zu Auseinandersetzungen, die 1339 zum Beginn eines Krieges führen, der über Generationen nicht beendet werden kann. Immer wieder finden erbitterte Schlachten auf französischem Boden statt, aus denen die Engländer fast jedes Mal als Sieger hervorgehen, wodurch sich ihr Machtbereich auf dem Festland stetig vergrößert. Nach mehreren Machtwechseln scheinen die Engländer Frankreich 1420 endgültig in ihren Händen zu haben. Der letzte bedeutende französische König Karl V. war tot und sein Sohn Karl VI. galt schon sich